Ich bin Martin Leimer und ich bin zwei Leimer. Wir haben das Thema Plastik und belastetes Meerwelt, weil wir auch selber auf dem Meer sind und schauen, wie viel Plastik es denn hat. Wir haben uns überlegt, dass wir uns wünschen würden, dass die Menschen mehr achten, weniger Plastik kaufen, weniger Müll rumliegen wollen. Und dass sie auch bewusst sind, dass sie sehr viel Plastik verbrauchen. Und wir wollen auch selber etwas machen und zwar wenig Plastik kaufen und auf Produkte schauen. Genau, zum Beispiel beim Gemüse oder so, nicht immer die Plastiksäcke nehmen. Oder eben auch bei den Produkten. Man hat auch vorher über das Mikroplastik gehört. Und dass wir auch dort einmal lesen auf der Verpackung, was da drin ist. Aber wir machen jetzt auch sehr viel in der Schule für das Thema. Auch im textilen Gestalten, also Handarbeit. Machen wir jetzt so Einkaufssäcke aus Stoff, die man auch wieder benutzen kann. Für das Gemüse, zum Wagen zum Beispiel. Danke.